Ja, hallo und willkommen zum zweiten Let's Teach. Diesmal geht es um Buchführung. Ich habe hier wieder eine Aufgabe. Die Aufgabe ist vom ISB heraus und auf dem zweiten Dokument, da sehen wir leere T-Konten, wo wir dann später die Buchungen entsprechend dann eintragen werden. Ja, wie fängt das Ganze an? Als erstes soll man die Buchungssätze bilden. Das hat natürlich den Vorteil, wenn der Buchungssatz schon vorhanden ist, tut man sich leichter beim Eintragen in das Konto. Und das machen wir jetzt gleich. Hier haben wir acht Geschäftsfälle und hier können wir gleich mit dem ersten anfangen. Wir kaufen zwei neue Faxgeräte für unser Büro, kosten 860 Euro. Und in Klammern steht Barzahlung, um eine Überweisung auszuschließen oder eine Verbindlichkeit. Zur Verfügung stehen nur diese Konten hier, also Kasse, Bankforderungen, Büromaschinen, können wir auch BGA nennen, um das abzukürzen. Ja, lassen wir es mal drin. Fuhrpark, alles was rumfährt, Autos, Laster. Das Eigenkapital steht schon dran, selber ausrechnen und Verbindlichkeiten und Darlehen, die Schulden bei der Bank. Gut, also ein Faxgerät, das hat eindeutig was mit Büromaschinen zu tun und bei Barzahlung wissen wir, das muss die Kasse sein. Jetzt ist die Frage, kommt das vor dem An hin oder nach dem An? Vor dem An sind die Konten genannt, die ihre Buchung im Soll bekommen. Nach dem An wird das Konto genannt, die die Buchung des Betrags im Haben dann später aufweisen. Wenn wir jetzt wissen, wir kaufen etwas, das kostet uns Geld, Geld, wir müssen Geld also hergeben und wenn wir das Kassekonto dann hernehmen und es wird weniger, dann muss das im Haben eingetragen werden. Also können wir hier schon mal Kasse schreiben und übrig bleibt hier vorne dann die Büromaschinen. Dann lautet der Buchungssatz Büromaschinen an Kasse. Das können wir kopieren. 860 Euro. Gut. Der zweite Geschäftsfall, wir heben 3000 Euro vom Bankguthaben ab und legen das in die Kasse. Das heißt, die Kasse mehrt sich, also muss dieser Betrag schon mal in den Soll gebucht werden. Hier können wir also schon mal Kasse eintragen und wir heben es von der Bank ab. Also muss die Bank ins Haben und wir haben hier 3000 Euro. Ach so, da haben wir keine. So, dritter Geschäftsfall. Ein Kunde begleicht eine Rechnung durch Banküberweisung. Jetzt muss man erst einmal überlegen, warum begleicht ein Kunde eine Rechnung? Naja, er wird was bei uns gekauft haben, noch nicht bezahlt haben, deshalb haben wir eine Forderung und das bedeutet, die Forderung nimmt ab, weil hier jetzt die Bezahlung eingegangen ist und gleichzeitig nimmt die Bank natürlich zu, weil hier da das Geld draufgekommen ist. Das sind die 760 Euro. Vierter Fall. Wir verkaufen jetzt etwas. Einen Geschäfts-Pkw. Pkw, müssen uns sofort auffallen, das hat was mit dem Fuhrpark zu tun. Also haben wir den Fuhrpark und hier steht noch gegen Barzahlung. Also das ist dann das Kassekonto. So, wenn wir jetzt also etwas hergeben, etwas weniger wird, dann wird der Fuhrpark hier wohl im Haben genannt. und für dieses Fahrzeug bekommen wir Geld, das heißt, unsere Kasse nimmt entsprechend zu und zwar um den Betrag 4200 Euro, die wir hier gleich eintragen können. Fünfter Fall. Wir leisten eine Darlehensrückzahlung in Höhe von 3500 Euro durch Banküberweisung. Das heißt, wir haben uns Geld bei der Bank geliehen und dieses Geld möchten wir jetzt entsprechend zurück überweisen und dafür muss unser Konto geblendert werden. Also die Bank wird weniger. Allerdings das Darlehen wird auch weniger, auch wenn es jetzt im Soll eingetragen ist. Aufpassen, das ist ein Passivkonto. Hier werden die Minderungen im Soll eingetragen und die Mehrungen, also Mehrungen im Sinn von Mehrungen von Schulden, die werden im Haben erfasst. Und da wir jetzt weniger Schulden haben, also kommt dieses Konto ins Soll rein. Also heißt der Buchungssatz Darlehen an Bank und das Ganze für 3500 Euro. So, sechstens. Wir überweisen 2500 Euro zur Begleichung einer Rechnung an den Lieferanten. Wenn wir den Lieferanten hören, dann wissen wir, aha, das hat was mit den Verbindlichkeiten zu tun, weil wir es noch nicht bezahlt haben. Und das bedeutet, das bedeutet, dass wir praktisch jetzt unser Bankkonto mal wieder plündern. Also heißt es schon mal an Bank. und die Verbindlichkeiten nehmen ab. Es ist auch ein Passivkonto. Hier nimmt das Konto auch im Soll ab. Und dann lautet der Buchungssatz Verbindlichkeiten an Bank und das Ganze für 2500 Euro. So, wir zahlen aus der Geschäftskasse bei der Bank ein. Also die Kasse wird weniger, die Bank wird mehr. Hier ist es wieder ganz einfach, weil es zwei Aktivkonten sind. Das bedeutet, Bank an Kasse und das sind die 2300 Euro. Und wir erhalten einen Kleinstkopierer gegen Rechnungen. Das heißt, wir bezahlen den noch nicht. Wir haben erst mal eine Rechnung bekommen. Das bedeutet, wir gehen schon wieder eine Verbindlichkeit ein, nämlich, dass wir den Rechnungsbetrag irgendwann begleichen werden. Und unsere Büromaschinen, die nehmen zu. und die Verbindlichkeiten nehmen auch zu. Passivkonto mehrt sich im Haben. Also die Schulden mehrt sich hier und zwar um den Wert 650 Euro. Okay, das wären die Buchungssätze. Wie geht es jetzt weiter? Hier oben steht, bilde die Buchungssätze, dann erstelle die Öffnungsbilanz und berechne das Eigenkapital. Das habe ich hier schon mal etwas vorbereitet. Ich habe hier schon mal die Werte entsprechend eingetragen und ja, jetzt müssen wir das entsprechend zusammenrechnen. Hier gibt es ein Tool Rechner. Und den können wir jetzt wunderbar nutzen. 157.000 So, dann haben wir 741.000 vielleicht sollte ich mir das kopieren, bearbeiten, kopieren und einfügen. Genau, allerdings stimmt jetzt das Format noch nicht. Gut. Also, das ist die Summe, die Bilanzsumme. Diese Bilanzsumme kommt auch hier hin und von dieser Bilanzsumme werden jetzt die Werte der Passivseite abgezogen. Das bedeutet, wir rechnen jetzt minus 11.800 und minus 332.000 und das ist dann praktisch das Eigenkapital. Okay. Die Öffnungsbilanz wäre fertig und der nächste Schritt wäre jetzt dann von jeder einzelnen Position ein entsprechendes Unterkonto zu eröffnen. aufpassen. Bei einem Konto oder von einem Posten von der Aktivseite, das nennt man auch entsprechend dann Aktivkonto, da ist der Anfangsbestand auch auf der linken Seite. Das heißt, wir haben hier Kasse, Bank, Fuhrpark, Forderungen, Büromaschinen, eben praktisch diese 5 hier, die wir hier haben und wir haben drei Passivkonten, das wäre Eigenkapital, Darlehen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Darlehen, da unten ist es und Verbindlichkeiten und hier sind die Anfangsbestände dann auf der rechten Seite. So, jetzt werden die einzelnen Buchungssätze entsprechend verbucht. Das Schöne hierbei ist, die Denkarbeit haben wir praktisch vorher geleistet. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das entsprechende Konto immer suchen und dann die entsprechende Buchung vornehmen. Also, hier haben wir den ersten Geschäftsfall mit Büromaschinen. Dann suchen wir uns hier eins, die Büromaschinen ohne dem Euro. Das waren die 860 und das zweite Konto, Kassekonto, auch der erste Fall, im Haben entsprechend verbucht. also hier erster Fall, die 860 und damit ist das schon mal abgeschlossen. Zweiter Fall, Kasse an Bank, jetzt brauchen wir das Kassekonto, wir brauchen hier 3000 Euro. Das ist der zweite Fall, diesmal steht die Kasse im Soll und das Gegenkonto ist die Bank, dann haben wir hier zweitens und hier hinten nochmal den Betrag. Dritter Fall, Bankanforderungen, also unser Bankkonto, 3, Bankkonto, da brauchen wir jetzt die 700, die 760 und die Forderungen, dritter Fall auch die 760, vierter Fall, wieder Kasse, diesmal sind es 4200, und das Gegenkonto ist der Fuhrpark, Fuhrpark, wo haben wir den, da ist er und hier ebenfalls die 4200. So, fünftens Darlehen, 3500, Darlehenkonto suchen und im Soll 3500 eintragen. Das ist fünftens und das Gegenkonto war die Bank. Sechstens, Verbindlichkeiten an Bank und 2500 Euro, also hier sechstens Verbindlichkeiten und Bank auch sechstens gleicher Betrag. Dann haben wir siebtens Bankankasse, muss ich natürlich noch entsprechend den Betrag zwischenspeichern, also Bankankasse, siebtens, und der letzte Geschäftsfall, hier haben wir Büromaschinen und Verbindlichkeiten, 650, Büromaschinen, 8, und Verbindlichkeiten, haben wir hier, 8, und ebenfalls die 650. So wie wir gerade das Eigenkapital berechnet haben, geht es im Prinzip auch mit den Unterkonten. Am einfachsten ist natürlich das Eigenkapital, da waren keine Kontobewegungen, das heißt, der Anfangsbestand ist gleich Schlussbestand, bei den anderen Konten, da haben wir jetzt etwas mehr zu rechnen. Ja, ich habe hier einen kleinen Schnitt gemacht, ich habe jetzt hier nicht bei jedem Konto gezeigt, wie man das entsprechend ausrechnet, ich erkläre es nochmal bei dem Kassekonto, also das heißt, man bildet die Summe von diesen drei Positionen, wir kommen dann auf 9200 Euro, dieser Betrag muss gleichzeitig auch auf der rechten Seite vorhanden sein, und damit diese Summe dann in sich wieder stimmt, brauchen wir für den Schlussbestand 6.040 Euro, damit wir wieder auf die 9200 Euro kommen. Was jetzt noch interessant ist, sind die Buchhalter Nasen, die man hier entsprechend setzt, um die Leerzeilen zu entwerten, damit man hier praktisch nicht im Nachhinein noch irgendwas verändern kann. Das hat man beim Verbindlichkeiten Konnte dann natürlich nicht, da ist genau aufgegangen, der Anfangsbestand, Schlussbestand und jeweils eine Buchung auf jeder Seite, hier sind keine Leerzeilen, also braucht man hier auch keine Buchhalternase, bei den Büromaschinen, das sind gleich mehrere Zeilen, da braucht man halt dann eine entsprechend größere Nase. So, wie wird dann in das Schlussbilanzkonto übertragen? Hier werden nicht, haben wir den Fuhrpark, den haben wir hier oben, hier wird nicht die Bilanz zum übertragen, sondern der Schlussbestand, also die 152.800 werden hier entsprechend eingetragen. Ja, und damit ist dieser Jahresabschluss fertig.